Von Tricky Horse. Ich teste schon seit einiger Zeit diesen neuen Hubschutz von Megasus. Und ich habe mir gedacht, 160er Größe, das passt sicher für so ein kleines Pferd wie die Casey. Schauen wir uns das bitte mal an. Casey, kommst du ja? So, geht's ja. Was sagt ihr Leute? Also das, das ist sicher die richtige Größe. Also genau so muss das dann ausschauen, dass man schwimmen gehen kann damit. Also das sind so eine Art Schwimmflügel für Pferde, so eine Art Schwimmflossen für Pferde. Die werden dann so angepasst, dass man das Pferd so hinstellt. Warte, steh dich drauf. Also man so drauf steht. Warte, steh dich drauf. Und dann wird das dann so zugeschnitten und dann passt das. Das ist genau die richtige Größe. Nein, natürlich nicht. Der Pferd wie die Casey braucht so kleine, kleine Fusse, die sind vielleicht sogar ein bisschen zu klein. Aber der Unterschied ist halt schon geil, oder? Ich meine, es gibt halt wirklich große Megasus und es gibt kleine Megasus. Das ist nicht für die Casey natürlich. Das ist für dieses riesige Pferd dahinter. Der braucht diese Riesendinger, weil er tatsächlich so viel Huf hat. Aber ja, Quatergröße wird's nicht werden. Passt, danke, ciao.